Einfach gar nicht. Einfach bitte sowas. Einfach hier reinschmeißen, indem wir einmal... Das sind wirklich artig, wie man kann. Ich nehme es einfach mit. Nehme ich hier. Ich habe den Restmüll einfach hier reinschmeißen. Restmüll. Das ist so, als da oben. Ich hätte es einfach rausgehen sollen und dann in den Müll rennen. Aber Restmüll passt immer. Restmüll passt immer. Ich bin ein sehr umwelt... Ich bin ein sehr umwelt... 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 Umweltbewusster Mensch. Und deshalb... Hab ich alles... Hab ich den Müll aufgesammelt und... Zum nächsten Mülltonne gebracht. Zum nächsten Abfalleimer. Den ich finden konnte. Ich bin ein grüner Mensch. Ich bin ein grüner Mensch. Und ich achte einfach... Ich achte sehr... Auf meine... Flug... Auf meine... Umwelt... Ich gehe sehr auf... Ich gehe sehr auf... Ich gehe sehr auf... Ich gehe sehr auf... Ich gehe sehr auf unsere Umwelt. Und wenn ich irgendwo... Abfall sehe... Dass der offene liegt... Und nicht so groß ist... Dann den hält einfach mit. Und... Und... Soll es einfach an der... Fest... Stelle. Und das war's auch schon mit dem Video. Und das war's auch schon mit dem Video.